Bhagavad-Gita, erstes Kapitel, Vers 11 Nun müsst ihr mit all euren Kräften Großvater Bhishma unterstützen, indem ihr euch an euren jeweiligen strategischen Punkten an der Front der Armee bereithaltet. Erklärung Nachdem Duryodhana die Tapferkeit Bhishmas gepriesen hatte, bedachte er, andere könnten glauben, sie seien als weniger wichtig angesehen worden und so versuchte er, in seiner üblichen diplomatischen Art die Situation mit den obigen Worten zu bereinigen. Er betonte, Bhishmadeva sei zweifellos der größte Held, doch er sei ein alter Mann und so solle jeder ganz besonders darauf achten, ihm von allen Seiten Deckung zu geben. Er könnte in den Kampf verwickelt werden und wenn Bhishma auf einer Seite völlig in Anspruch genommen wäre, könnte der Feind dies ausnutzen. Daher sei es wichtig, dass die anderen Helden ihre strategischen Stellungen nicht verlassen und so dem Feind gestatten würden, die Front zu durchbrechen. Duryodhana spürte deutlich, dass der Sieg der Kurus von der Gegenwart Bhishmadevas abhing. Er war sich der vollen Unterstützung Bhishmadevas und Thronacharias in der Schlacht gewiss, da er sehr wohl wusste, dass sie nicht ein einziges Wort gesagt hatten, als Arjunas Gattin Traupadi sie um Gerechtigkeit angefleht hatte, als sie in völliger Hilflosigkeit gezwungen wurde, sich in der Versammlung aller großen Generäle zu entkleiden. Obwohl er wusste, dass die beiden Generäle eine gewisse Zuneigung für die Pandavas hegten, hoffte er dennoch, dass sie jetzt diese Zuneigung vollständig aufgeben würden, wie es während der gemeinsamen Glücksspiele üblich gewesen war.